Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Auf geht's Wildparkstadion! Das ist die Frau Weißen! Das ist ein richtig guter Haufen, der zusammengewachsen ist. Es gibt einen tollen Zusammenhalt. Es gibt Leben in der Mannschaft. Die Mannschaft kommuniziert. Die zieht richtig gut mit. Es gibt niemanden, der da ausschert. Wie waren sonst so die ersten Wochen mit der Profimannschaft? Ja, war anstrengend auf jeden Fall. Aber war gut. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. War alles top. Ich denke, es ist eine super gelungene Sache für uns Spieler, für die Fans. Und jetzt hoffen wir, dass wir das nachher noch mit einem ordentlichen Spiel abrunden können. Es ist ja nur ein Vorbereitungsspiel gegen Valencia. Aber ist es schon noch etwas Besonderes? Auch weil man weiß, dass es für den Verein so viel bedeutet? Ja, es ist schon nicht nur ein Vorbereitungsspiel. Auch die älteren KSC-Anhänger wissen, was das für eine Geschichte hat. Da sind unsere jungen Spieler nicht ganz so weit. Aber ich denke, dass wir das schon mitgekriegt haben durch Medien und alles. Und dass wir heute ein ordentliches Spiel machen. Zu Null wäre gut. Das ist immer gut. Der K2-SC präsentiert Wildpark.tv Powered by Baden TV